Und wie? Was wird der Abenddorfverein Dings bringen? Ich bin sehr gespannt. Neue Vlogging-Einheit. Wir wollen euch. Ein auf Onkel Sam. Ja, Simon. Schenk uns doch ein Lächeln. Die sind einfach rein. Da gehen wir mal hinterher. Hier die Kostümbildnerin. Richtig hübsch. Die sind dran gebrannt. Die weißen Scheid mit Mode. Okay, let's go. Ja. So einfach möglich. Genau so ein, die durchbüscheln. Und das war alles. Der muss, der muss. Der muss, der muss. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt noch ein Lächeln nehmen. Und die Herren auch, jawohl. Heute geht's um alles. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Mein persönlicher Bodyguard und Kameramann. Und Agent. Und Agent. Ich bin Kerry, ich hab einen neuen Job gemacht. Alles. Du bist der Erste meiner Otto-Arsch. Aha. Und ich werde immer einen Teil dazugehören. Ganz egal, wie groß du wirst. Schreite diese Treppe hinauf zum Erfolg. Such uns einfach was. Wo du zwei frei bist. Guck mal, hier gleich hier vorne irgendwie was. Das reserviert. Der schon mal nicht. Ja. Wir haben fast keine Lagerfeuer mehr, wo wir uns versammeln. Um von Menschen und ihren Geschichten zu hören. Das Kino ist so ein Lagerfeuer. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass es so bleibt. Freuen wir uns nun gemeinsam auf den Eröffnungsfilm Beat Beat Heart, der heute Berlin Premiere hat. Ich wünsche Ihnen allen eine wunderbare Eröffnungsfeier. Ähm, wie fühlte sich an die 13. Ausgabe von Achtung Berlin zur Eröffnung mit Beat Beat Heart? Also, ähm. Also, ähm. Lass uns mal mein Gesicht er... vor dem Film machen mit Eröffnungsfilm. Vor dem Film? Nach dem Film? Vor dem Film? Nach dem Film? Aber schön hier zu sein wenigstens. Das mal mitzukriegen, so. Okay. Schon da alles klappt. Okay. Schon da alles klappt. Das Film hat auf Vorschlag von Christine Nicolsi Di Maia Spiel Tom Petersen ihr erstes Date. Siebert, bitte. Vertrau mir. Was? Mit wem sollen wir denn da chillen? Erstmal ehrlich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hab gerade angerufen, fürs Kino International. Und vom Taxi vor der Nase weggeschnappt. Ja, aber hallo. Bitte, bitte, bitte. Dankeschön. Ein Traum, ein Traum. Ja, ein Traum. Danke, danke. Wow. Ja, ich mach, warte, ich mach wieder zu. Heute musst du es mitnehmen, oder was? Bist du zock, oder was?